Ein Glück, dass wir im Zeitalter des Internets leben. Ohne das Internet hätte ich wohl wahrscheinlich nie herausgefunden, wie man da oben hinkommt. Aber jetzt wissen wir es. Wir brauchen gelbe Pikmin. Schmehr einfach mal nur gelbe mit. Wird eher ein Fehler sein, ey. So, nur gelbe. Dann. Gehen wir mal nach da. Auf jeden Fall da zu dem Ort, wo wir das eine Trampoline entdeckt haben. Ja, wo das eine Trampoline da ist. Mit der Kaule, wo es da so seltsam reingeht. Hier sind wir sehr richtig, aber noch nicht ganz. Da. Da. Da kommt ein Captain. Da noch mal zwei und mal ein paar Pikmin. Genügt. Sogar noch ein paar zu viel. Ey, die sind respawned. Dann haut schnell ab. Oh, scheiße. Hier oben. Kann doch nicht stehen hinterher. Jedenfalls da. Da kann man hochwerfen. Rätsel. Rätsel. Ja, das ist mir ein kleines Rätsel, wie man da drauf kommen soll, aber... Das ist es. Hä? What the fuck? Okay. Okay, erstmal... Kamera ist so hilfreich. Die ist so hilfreich. Die ist so hilfreich. Die beste Kamera. Diese Kamera ist die beste. So. Wir haben ja da oben einen Captain, also... Nein! Nein! Ich hasse diese Gegner. Ich hasse sie. Auf jeden Fall. Keine Ahnung, wie ich gerade in die anderen reinkomme, aber irgendwie ja schon. Denk nicht mal daran. Also, dann kann man hier durch. Ah, die anderen warten hier schon auf einen. Jetzt hier irgendwie... Hier so durch. Und dann hier unten... Vermeidlicher Bosskampf. Was ist das? Vermeidlicher Sissenbot. Kleiner Bosskampf. Jungen, beim kleiner Miniboss. Da ist einer mit ner Bombe. Sag mal, warum haben wir nur so wenig Ultramotivier-Spoi? Okay. Also, auf jeden Fall... ... haben wir schon mal eine Frucht. Das hätten wir schon mal. Dann haben wir noch die hier. Oh, die Kamera, die ist so ungünstig. Die ist so die Beste. Ach ja, auch noch ein Rätsel. Nein, kommt es startet. Da gäbe es eine Verbindung, aber... ... Wie es aussieht, gibt es da keine. Finde ich ja schön. Dann scheiß ich euch doch nicht in einem Part, weil ich es wieder nicht herausfinde. Komm, ihr Typen, ihr wollt doch Bomben. Bam! Und du willst auch eine haben? Zack! Das fühlt sich so gut an. Aber... Um hier anzukommen, muss ich erstmal hier wieder... Ein paar Käpt'n zerwerfen, ein paar Pikmin. Wobei, die Pikmin sind eigentlich nicht wichtig, denn ich kann ja eh wieder hochwerfen. Aber vielleicht kann ich auch einfach mit Ketten die auf Zampony noch werfen. Und dann... Mal gucken, wie ich das hier treffen soll. Ich meine, die Kamera, die ist so geil! Die ist so geil! Das kann jetzt Stunden dauern. Ich lege es einfach nicht. Hä? Oder von da oben? Kommt man da irgendwie hoch? Ja, da kommt man hoch. Ah! Ich glaube, ich habe da so eine kleine coole Idee. Okay. Hm. Das ist clever. So, jetzt machen wir das. So. Jetzt können wir da hoch. Ich kann ja so hochklettern. So, jetzt gehen wir das. are wir das? So, das ist ja so hochklettern. Ahahaha. So. Nice one. Ah, da fegt doch was. What? Achso, die jagen hier wieder. Was sollt ihr nicht tun? Okay, dann. Einer von ihnen sollte hier hoch. Put in me. Worm drücken, ich seit neuestem immer auf Plus. Was finde ich jetzt einfach? Also, wenn ich da einen Käpt'n hochwerfe, dann bringt das mir absolut gar nichts. Sehr interessant. Ich wollte da nicht rein, verdammt. Ah, Mann. Ja, nice. Jetzt muss ich da extra noch mal Pygmora werfen, damit's... ...runter. Ach nee, ich muss da. Ach, komm, es ist zum Verzweifeln, dieses Gebiet. Es ist zum Verzweifeln. Ich bin froh, wenn ich es geschafft habe. Man, es liegen ja noch zwei Früchte. Dann bräuchte ich noch vielleicht eine kleine... ...Pikmin-Unterstützung. Okay, dann. Jetzt hier hoch. Ich hasse das. Mann. Wieso? Muss das so scheiße sein? Ich weiß ja nicht, ob's da weitergeht. Ich weiß es nicht. Aber nur, weil es weitergehen könnte. Man, oh, Meter. Das Gebiet ist... Das Gebiet ist... Ich hasse es. So, ich bezeichne einfach mal dieses Gebiet als schlecht, okay? Okay, ich mach das jetzt. Das Gebiet ist jetzt schlecht. Da kommt halt Big, verdammt, ihr frohlen Weckel. So, wo sind die anderen hier? Okay. Dann nochmal alles von vorne. Weil es so unglaublich witzig ist. Ach, come on. Irgendwie dieser Katz, die ich eigentlich nochmal sehen muss, aber... ...trotzdem muss. Was ist das, was ich jetzt mache? Wo ist Alf? Ach, der ist einfach runtergefallen. Der ist einfach runtergefallen. Ja, läuft. Ja, läuft. Geimdaten 1. Für mehr war das jetzt hier nicht. Das war jetzt nur für die Geimdaten 1. Nehme ich mal so zur Kenntnis. Nehme ich mal so zur Kenntnis. Ach, damit ihr eure Fresse haltet. So. Ist denn hasse auch Schiss vor dem? Ja, komm, ich save ab. Ich pflücke ein bisschen. Wenn ich hier den Weg finde. Ja, die anderen 6, die sind wohl da in einem Loch drin. Hab ich schon vergessen zu rufen. Da geh ich nicht nochmal hin. Und dann muss ich... Oh, 5. Mal ein bisschen pflücken hier. Ey. Geht als hier einfach die Treppe hoch. Kann er noch nicht machen oder will er etwa drauf gehen? Heul nicht drum. Ja, die anderen... Ja, die anderen sind da in dem Loch drin gewesen. Kann ich nicht holen. Die heutige Holzbeinefrüchten beträgt 3. Da fehlt auch noch eine. Von der ich keine Ahnung habe, wie man hinkommt. Aber... Das krieg ich vielleicht noch raus. Dann nochmal das Festmahl. Ein weiteres Mal Festmahl. Ja, ich find's auch schön, Kultemi. Und jetzt auch der Bericht von Charlie. Die Tage auf diesem Planeten sind kurz. Um die Mission erfolgreich fortzusetzen, müssen wir die Zeit effektiv nutzen. Eine Möglichkeit dazu ist die Zielfunktion des Cockpit. So kann ein Anführer bei der Zwiebelgabe pflücken und der andere Karton bekämpfen. Nur ein Käpt'n meines Kalibers kann unter Zeitdruck mehrere Dinge gleichzeitig tun. Weil ich jetzt hier nichts gemacht habe. Ja, dann gib mir irgendeinen Hinweis. Mein Gott. Ich weiß auch, dass man hier machen muss und Funktion Ziel. Das ist Funktion Selbstmord. Darüber habe ich aber schon genug diskutiert. Im nächsten Part gibt's die letzte Frucht. Weil er spielt... Dann eben zwei Früchte. Weil er spielt sich einfach und denkt, Och, irgendwann mal den... Na, dann, tschau Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018